Oma Guns Tides & Trance! Heute ist Customize Guns Tag. Es ist schönes Wetter, es ist früh am Morgen, es ist fast schon 10 Uhr. Ich habe einen Auftrag, ich wollte das eigentlich nicht aufnehmen, das ist so eine spontane Geschichte heute. Es ist für die ganz nette Lisa, die Lisa hat mich ganz nett gebeten, mach doch mal meine Levi's Hose kaputt. Und ich habe gedacht, ey, ich bin voll auf dem Levi's Trip gerade. Die Hose ist so geil, ist eine super skinny, nennt sich 710. Sehr schmal geschnitten, die Ware ist sehr angenehm und fühlt sich natürlich gut an. Und dementsprechend natürlich auch sehr schlichte Gelden. Es passiert so gut wie nichts, so wie immer Leute. Wir gehen vom Tragekomfort, weil es macht momentan eine gute Performance. Ich helfe so ein bisschen mit und Lisa, deine Hose, die wird richtig cool ausschauen. Ich brauche nicht so lange, ich habe hier die Farben schon bereitgestellt. Ich hoffe Leute, es wird euch gefallen, ich habe eine längere Pause gehabt. Ich bin Vater geworden, ja, ich bin Vater geworden. Es ist ein schönes Gefühl, kann ich nur jedem empfehlen. Aber jetzt muss ich wieder Gas geben. Customize Guns Tag. Ich bin eben gerade fertig geworden. Lisa, du kannst dich auf eine richtig coole Buchse freuen. Ich habe die 710, so nennt die sich nämlich, habe ich individuell angepasst. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier oben habe ich so gut wie nichts gemacht. Die Nähte habe ich halt ein bisschen rausgerissen, sodass ein bisschen was passiert. Hier haben ein paar Löcher drauf und hier auch nochmal auf der Kniescheibe. Hier auf der anderen Seite genauso. Hier vereinzelt Löcher. Mit dem Abschluss natürlich ein Highlight Leute. Und Lisa, du solltest definitiv weiße Sneaker dazu kombinieren, weil der Abschluss hier, den Saum, den habe ich komplett abgemacht. Da siehst du hier. Ich zeige es auch nochmal auf die andere Kamera. Da seht ihr hier. Der ist komplett zerfetzt, was natürlich richtig cool ist. Customize Guns Tags and Trends. Die kleine Pünktchen auch noch drauf. Natürlich besaumeln, zerfetzt und hinten auch nochmal. Vorschlag von mir, Leute, wenn ihr solche Buchsen trägt mit so einem Abschluss in Weiß unten. Wenn ihr sowas nicht habt, ist das kein Problem. Ihr könnt mir ruhig schreiben. Ich kann das natürlich definitiv euch dann auch gestalten. Die Aufträge häufen sich. Der Sommer kommt. Leute, ihr müsst gescheite Hosen anhaben. Ganz wichtig. Die müssen sitzen und solche Highlights sollten die dann definitiv auch haben. Weil sowas hier ist richtig angesagt. Ihr seht es sehr oft auf Instagram und so weiter. Auch wieder mit dem Abschluss in Weiß. Der Saum ist ab. Hier auch nochmal zerfetzt. Geheimtipp von mir. Ja, richtig cool wäre es natürlich, dass ihr das mit dem Label obenrum fortsetzt. Plakativ Levi's Logo in Weiß. Auch ein paar Highlights. Vielleicht die Ärmel abschneiden hier am Ende, damit es ein bisschen sportlicher ausschaut. Und das coolste ist natürlich, dass meine Mutter gerade um die Ecke kommt und sagt, ey, drück mir zwei Buchsen in die Hand und sag zu mir, mach das mal bitte fertig. Sieg hat natürlich von Lisa die Buchse. Sagt, ich will die genauso haben. Für mich geht es heute weiter mit diesen zwei Buchsen. Und eine Cappy für mich habe ich auch noch. Demnächst geht es weiter mit richtig coolen T-Shirts, Leute. Weil diese T-Shirts sind auch gecustomert von mir. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Wie gesagt, sehr spontan heute. Danke fürs Zuschauen, Leute. Teilt mein Video. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Customize Gun Tag. Size & Trends. Bis demnächst, Leute. Ciao. Tschau. Mitidim quarto.